Was soll die Gefahrgutverordnung, jetzt kommt sie, Straße, Eisenbahn, Binnenschifffahrt. Jetzt kann man es mit drei F schreiben, Binnenschifffahrt bewirken. Fragezeichen. Was soll die Gefahrgutverordnung, Straße, Eisenbahn, Binnenschifffahrt bewirken? Sie soll bewirken, diese Verordnung hier soll bewirken, dass gefährliche Stoffe, das muss man sich merken, gefährliche Stoffe, wenn man sich das merkt, ist der Rest einfach, dass gefährliche Stoffe so sicher befördert werden, Komma, dass niemand gefährdet wird. Ja, das ist die Idee. Also Gefahrgut, hier ist die Brücke, Gefahrgut, gefährliche Stoffe so sicher befördern, dass niemand, also kein Menschen, keine Umwelt gefährdet wird. Wollen Sie lernen ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert, vielen Dank. Alles Gute, Marius Ebert